Antenne Vorarlberg Servus miteinander, Isabella Kannerwald da von Antenne Vorarlberg Frühstücksradio und ganz neu bei uns sind Antenne Vorarlberg Hausnummern-Bingo. Und so funktioniert es. Also erstens einmal ganz wichtig, die ordentliche Hausnummer kennen. Wie in unserem Beispiel die Nummer 4. Das wäre jetzt Ihre Glückszahl, weil wir ziehen mehrmals täglich 7, 9, 12 und 15 Uhr eine Zahl und wenn die Zahl in Ihrer Hausnummer vorkommt, dann anröfen unter der 0800 10 36 36. Also wirklich, warte schon auf, man muss sich nirgends anmelden und einfach nur Antenne Vorarlberg losen.